Hallo, schön, dass du mein Video anschaust. In den nächsten 90 Sekunden erfährst du das Wichtigste zu einem Thema rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Heutiges Thema, Plazenta-Globuli. Plazenta-Globuli oder auch Nosoten genannt, sind Globuli speziell für Mutter und Kind, die man nach der Geburt aus einem winzigen Stück der Plazenta herstellen lassen kann. Es gibt einige Apotheken in Deutschland, die sich darauf spezialisiert haben, diese besonderen Globuli anzufertigen. Vor der Geburt kann man in so einer Apotheke ein kleines Behältnis mit einer Konservierungslösung gefüllt bestellen, in das die Hebamme nach der Geburt ein kleines Stück der Plazenta füllt. Anschließend werden die gewünschten Globuli hergestellt und in den nächsten zwei bis drei Wochen zugeschickt. Solche Mutter-Kind-Nusoten helfen unter anderem bei Milchstau, Regelschmerzen, Erkältung, Zahnen, Milchschorf und vielen, vielen anderen Beschwerden. Das war's zum Thema Plazenta-Globuli. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie mir unten in die Kommentare, like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Deine Marie Deine Marie Deine Marie Deine Marie Untertitelung des ZDF für funk, 2017